Die Donington-Affäre Vorbemerkung Der britische Schriftsteller Sir Max Pemberton hatte vor dem Ersten Weltkrieg den Einfall, Kriminalfälle zu erfinden und von den besten Autoren von Kriminal- und Detektivgeschichten der Zeit lösen zu lassen. 1914 erfand er den Plot der Donington-Affäre und bat den damals bereits hochberühmten Father Brown, beziehungsweise Chesterton, den Fall zu lösen. Der erste Teil, der Plot also, erschien in der Oktober-Ausgabe 1914 des inzwischen völlig vergessenen Magazins The Premiere, Father Browns Aufklärung in der November-Ausgabe. Sie wurde Anfang der 1980er Jahre zufällig wiederentdeckt und in der seit 1974 in Saskatoon in Saskatchewan, Kanada, erscheinenden »The Chesterton Review – A Newsletter of the G.K. Chesterton Society« veröffentlicht. Diese bereits 1914 erschienene, danach aber in Vergessenheit geratene Geschichte stellt also sozusagen die 50. der Father-Brown-Geschichten dar, wenngleich sie in Wirklichkeit bereits in die Zeit von Father Browns Weisheit, also Band 1, gehört. Sie wird hier erstmals im Rahmen einer Gesamtausgabe der Father-Brown-Geschichten vorgelegt und zugleich erstmals in deutscher Sprache. Teil 1 Max Pemberton präsentiert das Rätsel der Donington-Affäre Die folgende Darstellung der Donington-Affäre wurde nach den Originalnotizen des Hilfspfarrers in der Gemeinde Borrow in the Vale geschrieben. John Barrington Cope war vom King's College in Cambridge zu einer Zeit nach Sussex gekommen, als der alte VK nicht einmal mehr die angenehmen Pflichten jenes ländlichen Amtes alleine zu bewältigen vermochte. Er befand sich bereits fast zwei Jahre in Borrow, als sich die Tragödie ereignete. Als Mann von beachtlicher Gelehrsamkeit scheint er sofort die Tiefe des Geheimnisses erfasst und ohne jeden Zeitverlust eine ordentliche Darstellung der Tatsachen niedergelegt zu haben, wie sie sich ihm darboten. Als anerkannter Verehrer von Evelyn Doningtons Schwester Harriet genoss er die Großzügigkeit von Borrow Close und befand sich fast täglich im Hause. Auf seine Anregung hin wurde ein anderer aus London herbeigerufen, um einen Fall zu untersuchen, der bereits in einem frühen Stadium sowohl die Aufmerksamkeit der Polizei wie auch die Neugier des Publikums zu verblüffen versprach. Die Notizen von Mr. Cope wurden hauptsächlich zum Zwecke der sorgfältigen Prüfung durch Father Brown geschrieben. Ihre Erweiterung scheint der schnellste Weg, um das Publikum in den Besitz der hervorstechendsten Merkmale dieses erstaunlichen Vorfalls zu setzen. Sie hörten eine Hörprobe aus der Reihe Father Brown – Das Original von Gilbert Keith Chesterton in der Neuübersetzung von Hans-Willem Haafs gelesen von Michael Schwarzmeier Weitere Informationen und Downloadmöglichkeiten zu diesem Hörbuch und dieser Hörbuchreihe sowie dem Verlagsprogramm von CC Live finden Sie im Internet unter www.fatherbrown.de sowie www.cclive.de Viel Spaß beim Stöbern und Hören!